Moin Moin Freunde zu den Handball-News hier am Donnerstagmorgen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein kleines News-Format, weil ich selber sowieso immer Handball-News konsumiere. Und dann dachte ich mir, kann ich die auch einfach quasi in einem Video zusammentragen, aufbereiten, so dass ihr dann auch von der Zeitverschiebung hier nach Kanada ein bisschen profitieren könnt. Und zwar kann ich immer abends, so wie es jetzt gerade ist, jetzt gerade 8 Uhr abends, Mittwoch, kann ich abends schön bei mir die Themen zusammenfassen, vorbereiten, euch die hier aufnehmen. Und dann habt ihr direkt donnerstags morgens einen kompletten Überblick über die wichtigsten News, die gestern passiert sind. Also dass man das dann schön morgens auf dem Weg zur Arbeit, beim Frühstücken, wie auch immer, könnt ihr euch das dann so reinziehen. Ich hatte heute einen sehr, sehr chilligen Tag und habe mir überlegt, was ich so an Neuerungen machen kann. Und da war das eine meiner Ideen. Und deswegen probieren wir es einfach mal aus. Lasst mir gerne einen Kommentar da und sagt mir, wie euch das so gefällt, solche News-Formate. Ich werde das jetzt erstmal ausprobieren, jeden Tag so ein kleines News-Format zu machen. Sagt mir gerne, was ihr noch so hören möchtet, ob euch das gefällt, ob euch das nicht gefällt. Aber ist mir dann auch egal. Alles, was mir Spaß macht, das mache ich dann hier auf dem Kanal. Und dann lass uns direkt mit der ersten News loslegen. Die Handball-EM ist jetzt gerade, ja, seit ein paar Tagen vorbei. Und hier scheint sich so ein kleiner, ja, so ein kleiner Krieg, Alfred Gislason gegen Bob Hanning. Nicht Krieg, eine kleine Fede, sagen wir mal so. Eine kleine Auseinandersetzung spielt sich hier gerade ab und die natürlich dann auch über die Medien geht. Und zwar hat das so angefangen, dass Bob Hanning hat den Gislason, hat Alfred kritisiert für den vierten Platz. Für, ja, dafür, dass Deutschland keine Medaille gewonnen hat, die eigentlich angepeilt war bei einer Heim-EM. Und auch für die fehlende Spieler-Rotation, dass Alfred den breiten, den tiefen Kader nicht ausreichend genutzt hat. Und jetzt zitiere ich hier einmal die Antwort von Alfred Gislason darauf. Er hat nämlich gesagt, von seiner Bewertung unserer EM-Leistung halte ich nicht allzu viel, weil er nicht objektiv ist. Er möchte sehr gern den Einsatz einiger Leute aus eigenem Interesse forcieren. Für mich ist Bob keine Koryphäe im Welthandball. Daher würde ich eher zuhören, wenn die Top-Trainer der Liga sich zu unserer Leistung äußern. Also hier, gerade der letzte Satz, das von ordentlich Pfeffer, muss man natürlich auch sagen, dass Alfred Gislason da ein Stück weit recht hat. Natürlich ist Bob Hanning jetzt kein Trainer von seinem Kaliber und kein Handballtrainer vom wirklich internationalen Top-Kaliber. Aber ich kann auch die Kritik von Bob Hanning ein bisschen nachvollziehen. Ich möchte hier auf jeden Fall objektiv auf alle Sachen mit drauf gucken. Ich, aus meiner Sicht, würde Alfred Gislason auf jeden Fall nicht infrage stellen als Nationaltrainer. Ich finde den super. Aber natürlich kann man auch an seiner Leistung oder an seiner Person ein bisschen Kritik äußern. Was ich verstehe, ist ein bisschen die fehlende Rotation. Jetzt kann ich verstehen, dass es bei Bob Hanning auf jeden Fall darum geht, dass er mehr Nils Lichtlein, der dann hier auch angesprochen wird, dass er den gerne mehr spielen sehen möchte. Wo ich, ja, er ist ein Spieler der Füchse, aber da kann ich Bob auch sogar nachvollziehen. Ich fand, sobald er auf der Platte war, hat er einen super Eindruck gemacht. Er ist ein super junger Spieler, den man in solchen Turnieren dann einfach noch weiter und weiter aufbauen muss und kann. Und diese gleiche Entwicklung ist Alfred auch mit Juri durchgegangen in den letzten Jahren, wo Juri noch ein bisschen jünger war und auch viel, viel mehr Fehler gemacht hat als jetzt. Und ich finde auch, dass man da durchaus ein bisschen mehr hätte rotieren können, um die zweite Garde, die leistungstechnisch eigentlich nicht so viel abfällt, da ein bisschen mehr hätte zum Einsatz bringen können, um dann auch einerseits die besser ins Turnier zu bekommen, andererseits aber auch den Leistungsträgern ein bisschen Pause geben zu können. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass die sich einfach mal, dass man da die Medien ein bisschen rauslässt, die können sich einfach mal hinsetzen, zwei Stunden sich ausquatschen. Und ich vermute, dass die handballerisch auch eher auf einer Wellenlänge sind und das jetzt einfach hier nur so ein bisschen eskaliert durch die Medien, dass sich einfach beide äußern. Und dass die eigentlich relativ nah beieinander liegen, wenn die sich einfach mal so über Handball unterhalten werden. Es wurde auch schon dann das Gerücht rausgehauen, dass eventuell Mike Machuller von Flensburg Nachfolger für Alfred Gislason sein könnte. Die DHB-Führung hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob der Vertrag von Gislason verlängert wird. Der läuft, glaube ich, noch ein bisschen nach Olympia Paris. Das heißt, im Laufe dieses Jahres könnte sogar ein Bundestrainerwechsel kommen. Da müssen wir dann ein bisschen abwarten. Vermutlich auch noch Olympia abwarten, wie es läuft. Glaube ich nicht, dass es vorher schon feststeht. Und wenn es vorher einen Trainerwechsel geben sollte, dass vielleicht ein Machuller übernimmt, dann wird er vermutlich auch schon für Olympia übernehmen und dann wird Gislason vorher freigestellt. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, ich gehe stark davon aus, dass mit Gislason weitergemacht wird. Wenn der will ja weitermachen, der sich dazu gehört hat, er will weiter Bundestrainer bleiben. Und wenn ein Alfred Bundestrainer für dein Land bleiben möchte, dann sollte man ihn auch erstmal mit Kusshand nehmen, meiner Meinung nach. Und wir bleiben auch direkt bei der EM und zwar bei den Spielern, die einige von ihnen jetzt am Wochenende schon wieder direkt spielen müssen. Das ist echt krass, was die für eine Belastung haben. Da muss man echt mal ran. Und zwar spielen jetzt die Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel am Sonntag schon wieder gegen Magdeburg, wo dann sehr, sehr viele Spieler betroffen sind. Und Flensburg spielt gegen Hamburg, beides im DHB-Pokal. Weil, also gerade bei Flensburg, bei den Löwen, bei Magdeburg sind dann hier schon extrem, extrem viele Spieler betroffen. Leistungsträger, die jetzt gerade eine super harte EM hatten und dann direkt wieder ran müssen. Und dazu hat sich auch Frank Bohmann von der Bundesliga geäußert und einfach gesagt, dass die Spieler, die wünschen sich im Sommer eine längere Pause. Und damit sie im Sommer eine längere Pause haben können, müssen sie jetzt im Winter, wenn jetzt gerade ein Turnier war, dann wieder relativ schnell spielen. Damit wir mit dem Spielplan durchkommen, damit sie im Sommer ein bisschen eine längere Pause haben. Und er sagt auch, dass die Vereine wieder Geld verdienen müssen. Das kann ich nachvollziehen. Natürlich, die Vereine, die haben jetzt, die haben bei der EM überhaupt gar kein Geld verdient. Die haben nur ihre Spieler abgestellt. Im besten Fall haben sie noch einen Spieler, im besten Fall in Anführungsstrichen, im besten Fall haben sie einen Spieler noch mit Verletzungen wiederbekommen, der jetzt nicht einsatzfähig ist, den sie aber trotzdem bezahlen müssen, den sie dann auch noch die Reha bezahlen müssen, etc. Das heißt, die Clubs, die sollen wieder ins Pferde, die sollen wieder Geld verdienen. Und die haben natürlich auch Spieler unter Vertrag, die nicht bei der EM waren. Das heißt, die müssen auch wieder einen Spielrhythmus bekommen. Das heißt, das verstehe ich, dieses Argument. Aber ich glaube auch nicht, dass es denen einen Abbruch getan hätte, wenn die eine Woche länger Pause machen und dann die ganzen Nationalspieler eine Woche Pause bekommen oder zumindest drei, vier Tage Pause bekommen könnten. Ja, ich finde, da wird die Verantwortung einfach immer von allen Leuten von sich weggeschoben. Die Leute von der Bundesliga, die sagen, ja, der internationale Spielplan ist zu groß geworden, die Champions League ist zu groß. Aber auch so, man könnte natürlich, die Bundesliga kann man natürlich auch ein bisschen kleiner machen, wenn man dort zwei Mannschaften rausnimmt. Und dann fallen mit Hin- und Rückspiel einfach vier Spiele weg. Wäre auf jeden Fall den Leuten schon mal geholfen. Man könnte natürlich auch noch darüber überlegen, die Kader noch weiter aufzublähen, dass man sagt, dass bei jedem Spiel nicht nur 16, sondern vielleicht 18 Spieler auf dem Spielberichtsbogen sein können. Einfach, dass noch mehr rotiert werden kann. Aber auch da verstehe ich das Gegenargument, dass man sagt, die finanzstärkeren Klubs dann noch mehr im Vorteil, weil sie ihren Kader mit noch mehr besseren Spielern aufblähen. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach gemacht. Aber so eine erste Bundesliga ein bisschen zu reduzieren mit weniger Spielen, kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Auch da natürlich kommt dann wieder das Gegenargument, ja, die Vereine müssen ja auch Geld verdienen. Und die verdienen Geld durch Fernsehübertragung, durch Ticketing etc. Ja, aber ich finde nicht, dass man einfach als Bundesliga, wo dieses Thema seit, ja vermutlich schon seit fast zehn Jahren so extrem auf dem Tisch ist, dass man da einfach die Verantwortung weggeben kann und dann sagt, ja, es ist alles wegen der Champions League, weil die zu viele Spiele machen. Und wir können bei uns da nicht ansetzen. Da muss jeder Verband bei sich auch mal ansetzen. Und wenn wir die Stars halten wollen, dann muss man die deutsche Liga vielleicht auch wieder ein bisschen attraktiver machen, indem man sagt, okay, wir machen sie etwas kleiner. Und dadurch haben die Vereine weniger Spiele, die Mannschaften haben weniger Spiele. Und vielleicht können die Vereine dann ja auch irgendwie finanziell unterstützt werden, dass sie diese zwei Heimspiele, die wegfallen, dass sie die finanziert bekommen vom DHB. Eine weitere News im Nachgang an die EM. Und zwar hat hier jemand ein bisschen hart gefeiert eventuell. Wir wissen noch nicht, was da dran ist. Deswegen, es gilt immer erstmal die Unschuldsvermutung. Und zwar Benoit Kunku vom französischen Nationalteam. Der wurde festgenommen. Und zwar sind die direkt nach dem Titelgewinn, ist die französische Nationalmannschaft direkt nach Paris gefahren und wurde von Emmanuel Macron empfangen. Und danach sind die ordentlich feiern gegangen. Und dann wurde anscheinend Benoit Kunku im Nachklub vom Türsteher festgehalten, von der Polizei festgenommen, in Urhaft gebracht, wurde dann aber auch wieder freigelassen. Wir wissen jetzt noch nicht, was dort passiert ist. Es wird sich noch nicht richtig geäußert. Es wird nur gesagt, dass er die Vorfälle abstreitet und von nichts weiß. Das heißt, wir werden hier einfach mal sehen. Im Zweifel immer für den Angeklagten. Mal schauen, was da in den nächsten Tagen bei rauskommt, worum es überhaupt geht. Auf jeden Fall ist er wieder auf dem freien Fuße. Und ich hoffe einfach, dass dort auch alles klar ist. Und dass, ja, es ist einfach nur ein Missverständnis war, oder was auch immer, dass der sich hier nichts hat zu Schulden kommen lassen und einfach ganz normal weiter Handball spielen kann bei Kielze und dann nichts mit ihm passiert. Wir machen weiter mit ein paar Spielerverpflichtungen, und zwar zwei Spielerverpflichtungen, zwei Torhüter. Und wie es immer so schön ist bei internationalen Turnieren, wenn sich dort Spieler zeigen, dann sind ganz schnell Vereine irgendwo täschig und holen sich die Spieler, die sich gut gezeigt haben. Ja, und da hat auch direkt TBV Lemko zugeschlagen bei den Österreichern und hat sich den Torwart der österreichischen Nationalmannschaft geholt, und zwar Konstantin Möstl. Der hat jetzt erstmal zwei Jahresvertrag bekommen bis Juni 26. Und ja, das war, man kann natürlich immer sagen, der war schon vorher auf dem Zettel, aber das ist meiner Ansicht so ein klassischer EM-Transfer, hat bei der EM überragend gespielt. Gucken wir hier einmal gerade auf die Quoten. In sieben Spielen 81 Paraden und dabei 35,4% Quote. Also das ist natürlich extrem, extrem starkes Turnier gespielt. Er wurde viermal Man of the Match und hat auch gegen die Deutschen fast 50% gehalten. Also da muss man natürlich sagen, extrem starke Leistung von ihm. Wurde dann hier belohnt. Er selber sagt, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass er jetzt in die Bundesliga wechseln kann. Das heißt, well played, gut EM gespielt, direkt in den Bundesliga-Vertrag bekommen. Bin ich mal gespannt, was der in der Bundesliga so reist. Ich hoffe, dass wir viel von ihm hören werden. TBV Lemko ist sowieso ein super Verein dafür, Spieler weiter, weiter auszubilden, besser zu machen, junge Spieler besser zu machen. Deswegen freut mich für ihn, dass er sich jetzt durch so eine gute Leistung bei EM zeigen konnte und jetzt in der stärksten Liga der Welt ist, bei Lemko. Also Glückwunsch an Lemko für den Transfer. Ich drücke die Daumen. Wir kommen zum zweiten Transfer, zum zweiten Torwart. Und zwar hat auch dieser Torwart eine Lemkoer Vergangenheit. Es geht um Peter Johannesson. Der wechselt jetzt zu Göck. Göck Hanbold ist eine dänische Mannschaft, die auch in der Champions League immer mal wieder spielen oder sagen wir regelmäßig in der Champions League spielen. Und die haben sich jetzt Johannesson geholt, haben auch ein komplett neues Torwart-Duo, haben noch einen zweiten anderen Torwart. Und zwar Butav, der kommt auch aus der dänischen Liga. Damit haben sie jetzt ein neues Toyota-Duo. Und für Peter Johannesson, er sagt wirklich, das ist für ihn quasi ein Schritt auf der Karriereleiter nach oben. Er ist jetzt bei einem Champions League-Club angekommen. Er hat sich auch in den letzten Jahren, also er kommt jetzt gerade vom Bergischen HC, davor ja bei Lemko. Er hat sich jetzt in den letzten Jahren quasi immer so ein bisschen hochgearbeitet, immer verbessert. Freut mich, dass er jetzt im Champions League-Umfeld angekommen ist. Und Göck ist dann auch immer ein super Verein, der, ich sag mal, ein etwas schwächerer Champions League-Teilnehmer, der aber super, super individuell die Spiele ausbildet. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein cooler Schritt für ihn, wo er sicherlich sehr, sehr viel lernen kann. Dann die dänische Liga, die mittlerweile sowieso auch schon echt stark geworden ist, da sehr, sehr viel gute Spiele bekommt. Plus dann natürlich Champions League-Spiele gegen absolute Top-Mannschaften. Das kann ihm nur zugute kommen. Also damit Glückwunsch, viel Spaß und viel Erfolg bei Göck. Und jetzt haben wir noch zwei kleine Mini-News, oder ich habe noch zwei kleine Mini-News für euch zum Schluss. Und zwar ein bisschen Vorschau jetzt schon Handball-AM 2026. Die findet statt in Schweden, Norwegen und Dänemark. Also eine Kooperation aus drei Ländern, die sich zusammentun. Und neben diesen drei Nationen steht jetzt durch den Finalgewinn auch Frankreich als Teilnehmer fest. Also diese vier Mannschaften sind gesetzt. Alle anderen Mannschaften müssen eine Qualifikation durchlaufen. Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich finde diese EM, es war ja beim Fußball auch schon so, dass so geteilte Gastgeberländer, finde ich immer ein bisschen merkwürdig, weil das sehr, sehr viele Reisen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, die Länder, oder da ist jetzt alles sehr, sehr nah beieinander natürlich. Natürlich Dänemark ist auch nur ein Miniland, Schweden und Norwegen sind nicht so klein, aber da, wo gespielt wird im Süden von den Ländern, dort ist das ja schon recht nah beieinander. Aber ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Es ist sehr viel Reiserei für die Mannschaften, es ist sehr viel Reiserei für die Fans, wenn die ihrer Mannschaft folgen müssen und nicht genau wissen, in welchem Land es dann weitergeht unbedingt. Ja, finde ich nicht so cool, diese Entwicklung. Ich mag lieber diesen Vibe, wenn alles in einem Land ist. Aber gut, damit gehen wir jetzt so um. Insgesamt gibt es vier Spielorte in den drei Ländern, damit sogar weniger Spielorte als nur in Deutschland, aber Deutschland ist natürlich auch nur ein kleines Land, wo dann nicht so viel gereist wird. Und zwar wird hier gespielt in Dänemark in Herning, da ist Vorrunde, Hauptrunde und auch das Finalwochenende. Dann haben wir in Schweden einmal Malmö und Christianstadt. In Christianstadt ist eine relativ kleine Halle, da wird nur die Vorrunde gespielt. In Malmö ist dann auch Vorrunde und die Hauptrunde. Und in Norwegen wird natürlich in Oslo gespielt, auch nur die Vorrunde. Also Finalwochenende in Dänemark. Dänemark kommt uns deutschen Fans natürlich auch zugute, dass, wenn wir dorthin möchten, der Weg nicht so weit ist. Die Leute aus Norddeutschland können einfach kurz mit dem Auto hochtouren. Wer aus dem Süden kommt, natürlich ist es dann schon eine weite Strecke, dann nimmt man vielleicht den Flieger. Aber ich sag mal, die Leute, die Handball interessiert sind, für die ist Dänemark schon sehr, sehr zugänglich. Da kann man schnell mal hinfahren oder dann auch hinfliegen, wenn man von etwas weiter wegkommt. Und dementsprechend für uns eigentlich ganz gut, dass die Finalrunde in Dänemark stattfindet. Das zu Handball-AM 26. Die wird auch wieder im Januar ausgetragen, Mitte Januar, bis Anfang Februar 2026. Und ja, da freue ich mich schon wieder. Da wird vermutlich dann, wenn die ganzen Skandinavier Gastgeber sind, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann ein skandinavischer Europameister wieder rauskommt und Frankreich den Titel abgeben muss. Und die letzte kleine Meldung. Kommen wir wieder zu einem Heimturnier. Und zwar Aussicht Handball WM 2027. Die EM ist ja gerade erst vorbei. Aber 2027 haben wir ja schon wieder das nächste Turnier in drei Jahren. Und da möchte jetzt ganz gerne auch Hannover eine Spielstätte werden. Finde ich eine ganz, ganz coole Idee. Ist ja relativ zentral in Deutschland, finde ich. Und sowieso, für Handball sowieso Handball-Hochburg. Finde ich ein bisschen schöner, als wenn zum Beispiel in München gespielt wird. Wo natürlich München, eine riesengroße Stadt in Deutschland, wo aber einfach ein bisschen weniger Handball ist als in Hannover zum Beispiel. Heißt, finde ich einen ganz attraktiven Standort. Könnte ich mir gut vorstellen, dass dort gespielt wird. Und wäre natürlich, also wenn man sich jetzt so die Verteilung anguckt, wo in Deutschland gespielt wird, wäre München natürlich ein bisschen ausgewogener, dass wir Spiele im Süden haben. In Zentraldeutschland doch, in Norddeutschland. Aber Hannover, ja, kann gerne gemacht werden. Habe ich überhaupt nichts gegen als Handball-Hochburg. Mal schauen, was daraus wird. Aber ich fand jetzt die Spielstätten so, wie sie das gewählt haben, auch ganz gut. Nur, dass ich diesen, ja, diesen Weltrekord-Eröffnungsspiel-Quatsch. Das ist nicht so mein Ding, dass man ein Handballspielfeld in ein Fußballstadion knüppelt. Keine Ahnung, irgendwie kann ich mich nicht für begeistern, dass man das macht, nur um einen Weltrekord zu knacken. Die Stimmung da ist dann natürlich einfach nicht so geil, wie wenn man richtig, richtig nah dran ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie man gucken kann, wenn man ganz, ganz hinten sitzt, ob sich das überhaupt annähernd lohnt. Also keine Ahnung, mir gefallen die Spiele in kleinen Hallen, nicht unbedingt kleinen Hallen, aber in Handball-Arenen, in denen normalerweise Handball gespielt wird. Doch, in kleinen Hallen gefallen mir Spiele eigentlich immer besser. Jetzt nicht die ganz, ganz kleinen Hallen, aber wenn man sich so Hallen wie in Kielz zum Beispiel anguckt, oder in Wäschbremmen, das schon, da finde ich aber nochmal so ein richtig anderes Handball-Feeling, als wenn man jetzt im Fußballstadion spielt. So, und damit würde ich sagen, sind wir jetzt hier die wichtigsten Sachen am Donnerstagmorgen durchgegangen. Und ich wünsche euch ja einen schönen, angenehmen Start in den Tag. Macht's gut, ciao, ciao.